ich hätte die bronco mitnehmen können ja wär ne idee die scheiß so weg besten sehr fernet war schon online ich bin da dir beigeträgt du bist was ich habe privat stehen und zu mir gehört er nicht nicht dass ich wüsste sind sogar zu viert da ziehe ich durch da habe ich keinen bock auf die scheiß ich habe noch sieben feinde zu töten nenne ich marcus hat mich gefragt ach so ja ja pack ich die 8 boltes aus mit dem weg schlitter er ist dass man muss da trifft ja der auto im bot der trifft immer müssen wir jetzt hoch oder Was ist das? Was ist das? V-Bahn hat ja andere. Ich bin total planlos. Ich bin total planlos. Wie der Wallrun mal einfach nicht klappt. Was ist das für ein V-Bahn? Wie sind das so viel schneller als wir? Ich mach halt den Helm auf. Da gibt es doch so einen Helm für ein V-Bahn. Aber so schnell! Ich komm eben nicht hinterher. Alter, wie ich mich grad verarschen lass hier. Alter, wo ist der? Ey, wie sagt dir das? Der hat Sprint-Marathon und alles drin. Alter, das kann doch nicht wahr sein, hä? Nö. B-Tack. Ja, da ist Horst. Vielleicht laufen wir ja auch hier zwei Schritte vor und 50 zurück. Ja, das kann auch sein. Boah, Fadda. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Der ist halt durch. Ich glaube, der ist schon am Extraktionspunkt. Ja, da unten steht er. Jetzt macht er noch so eine Scheiße vor das Tor. Das muss ich mir angucken. Jetzt spinnt er doch nicht. Boah, zack. Das kriegst du nicht zurück, dieses Scheißler. Was ist dieses Fer С�s? Es kann das nicht passieren. Das ist der Gerne, die Pfingel machen. Ja, nein. Was ist das? Was ist die Sache? was passiert? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich schrufe dafür. Wo sind die Pfingel? Kranker Scheiß, Mann, ey. Ach, der hat uns ja nicht nur abgehängt, der hat uns total versägt, ey.